Im April geht Sky Arts auf die Straße. Hier wird kriminelle Energie zu Kunst. Du siehst den Charakter einer Stadt eigentlich an den Wänden. Und soziale Missstände zur Muse. Zu spiegel, dass ich obdachlos bin, heißt nicht, dass ich kein Leben habe. Street Art im April. Auf Sky Arts und auch auf Abruf. Untertitelung des ZDF, 2020